Jo, was geht ab mit euch, Leute? Mein Name ist Joe Kadhi. Das hier ist für ReplikZoneTV und für die Fans, die die Fragen an vor zwei oder drei Wochen ungefähr gestellt haben. Und dann beantworte ich sie euch mal. Bin mal ziemlich gespannt, was für Fragen da drin sind. Ich möchte die auch mal am besten einmal kurz. Ich bin gespannt. Wie alt bist du? 23 Jahre alt. Wie viele Kinder willst du später mal haben? Echt süße Fragen. So eine ganze Fußballmannschaft vielleicht. Bist du vergeben? Ja, an meine Mama. Hm, warte. Was machst du, wenn ein Fan dich auf der Straße anspricht? Ja, was mache ich, wenn ein Fan mich auf der Straße anspricht? Ja, ich unterhalte mich mit dem und vielleicht, wenn er das Verlangen dazu hört, gebe ich ihm auch ein Autogramm. Ansonsten, keine Ahnung, entscheidet sich immer spontan. Was magst du an dir? Was mag ich an dir? Mein Auto. Okay. Gefällt dir unsere Fanpage? Ich weiß jetzt nicht, welche Fanpage damit gemeint ist. Aber mir gefällt eigentlich jede Fanpage, da ich da echt wirklich sehr gut supportet werde und reichliche Informationen weitergegeben werden, die ich halt gepostet habe auf Facebook. Was ist dein Lieblingshobby? Boah, wenn ich das jetzt verrate, lachen die Leute mich aus. Mein Lieblingshobby ist, also außerhalb der Musik, ist mein Lieblingshobby eigentlich Autos und ich gucke mir gerne Dokus an. Ja, sonst habe ich eigentlich gar keine Hobbys. Ja. So, boah, da sind echt viele Fragen. Was hast du an dir? Ja, ich hasse es an mir, dass ich so ungeduldig manchmal bin und dann auch manchmal schnell auf 180 gebracht werden kann. Wie bist du auf den Namen Joe Cardi gekommen, fragt ein Fan. Ja, als ich angefangen habe zu rappen, hatte ich ja viele verschiedene Namen. Und der Name Joe Cardi ist halt so gekommen, da ich, was ein Joker ist, weiß bestimmt jeder. Und dieses D ist einfach eine Abkürzung für Dream, also bin ich da Joker-Traum, so für die ganzen Rap-Hörer. Lieblingsessen? Ähm, Alter, ich gar nicht fragen, ey. Lieblingsessen? Boah, was esse ich denn gerne? Mmh, Chili con carne. Welches Lied magst du von dir am meisten? Ja, ich habe zwei Lieder, die ich von mir am meisten mag. Die kenne ich aber noch gar nicht. Die sind noch auf dem Album drauf von Herzkopftherapie. Meine Lieblingslieder sind im 5er BMW und Randale im Club. Nike oder Adidas? Äh, Adidas. Kannst du singen? Nein. Was ist das Peinlichste? Was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Ähm, boah, was ist das Peinlichste, was mir je passiert ist? Ähm, ja, ich habe mal, das ist schon lange her, also die Mädels, die dieses Info-Interview jetzt sehen, ich bin gar nicht mehr so böse. Aber damals habe ich mit zwei Mädels gleichzeitig geschrieben und habe denen dummerweise mal dieselbe SMS geschrieben und die beiden waren befreundet. Und dann haben die sich so ausgetauscht und dann haben die mich in die Falle gelockt. Ja, dann war ich halt am Arsch. Okay, wie viele Freundinnen hattest du schon? Dazu sage ich nichts, das ist zu privat. Wie groß bist du? Ich bin 1,86 groß. Achtest du auf Aussehen und Charakter? Ehrlich, ich nehme mal an, dass es auf Frauen bezogen ist. Ja, ich meine, der erste Eindruck zählt. Aussehen natürlich auch, aber Charakter ist mir ehrlich gesagt viel wichtiger. Warum rappen und nicht singen? Weil ich singen nicht kann und wenn, dann macht es Autotune, aber selbst dann kann ich das nicht hören. Magst du Tattoos oder Piercings? Piercings mag ich überhaupt nicht. Tattoos, ja. Ich habe aber noch keine, ich mache mir auch eins. Warst du gut in der Schule? Nein, sonst würde ich jetzt auch, also ich war nicht gut in der Schule. Wenn ich gut in der Schule wäre, dann hätte ich, würde ich jetzt bestimmt nicht rappen. Wie der eine oder andere asoziale Rapper auch. Woher kommst du? Ich komme aus Russland und ich glaube, damit habe ich auch die Frage beantwortet, sind deine Eltern Ausländer? Nicht Ausländer, die sind Aussiedler. Also unsere Vorfahren waren Deutsche und konnten kein Wort Russisch. Bist du selbstbewusst? Ja, also ich nehme mal an, dass sie von mir verlangt, dass ich euch ehrlich antworte. Auf der Bühne und in Videos und Infovideos bin ich selbstbewusst. Privat? Ja, kommt drauf an wo. Naja, aber sonst würde ich schon sagen, dass ich eigentlich selbstbewusst bin. Welches Video war am meisten Arbeit? Welches Video war am meisten Arbeit? Luxusparty. Welche Sportart magst du am meisten? Kickboxen. Kannst du tanzen? Ja, mit drei, vier Jackie Cola kann ich tanzen. Äh, bist du sportlich? Ja, am Mikrofon und ähm... Naja, doch, ich bin schon sportlich. Also wie gesagt, Kickboxen mache ich zwischendurch. Und Fußball mal, wenn meine Kumpels mich nerven und therapieren, dass ich unbedingt mit ihnen spiele. Wie lange brauchst du, um dich für eine Feier fertig zu machen? Alter, 15 Minuten. Hast du ein Tattoo? Ja, habe ich dir schon was zu gesagt. Nein, ich habe kein Tattoo, aber ich mache mir bald eins. Was ziehst... Was... Was ziehst du am liebsten an? Jogginosen. Würdest du mit Musik aufhören, wenn deine Mama es sagt? Ähm... Ich... Meine Mama würde niemals von mir verlangen, dass ich damit aufhöre. Weil meine Mama sehr stolz auf mich ist, dass ich Musik mache, weil ich dadurch auch ein braver Junge geworden bin. Okay. Wie lange willst du noch mit der Musik weitermachen? Also mir ist klar, dass ich damit jetzt nicht irgendwie so wie ein 50 Cent oder ein Bushido durchstarten kann. Aber ich kann euch das nicht beantworten. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch nicht an mein Ziel angekommen bin. Deswegen mache ich so lange weiter, bis ich mir selber sagen kann, jetzt kannst du aufhören. Wenn du Kinder hast, sollten sie dann auch Rap machen? Alter... Ja, es kommt drauf an, was für einen Rap die machen. Wenn die so einen Rap machen wie ich, dann ja. Aber wenn die dann so einen Gangster-Rap machen und Mütter beleidigen und über Drogen rappen, dann würde ich das auf jeden Fall verbieten. Oder ich wäre komplett dagegen. Junge, 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 ihr stellt Fragen, ey. Warum rauchst du, steht hier. Weil ich, warte mal, vor 14 Jahren ziemlich dumm war und cool sein wollte vor den älteren Mädels. Das ist auch so gewesen. Falls mein Cousin dieses Video sieht, du bist schuld. Wir waren damals halt mit ihm unterwegs. Meine Freunde waren damals halt immer älter als ich und mein Cousin natürlich auch. Und der hatte halt ältere Freundinnen. Und er war im Rauch und dann sagte ich so, ja, Cousin, gib mal bitte eine Zigarette. Ich will auch cool sein. Dann hatte ich die Zigarette in der Hand. Statt zu ziehen, habe ich da rein gepustet und dann habe ich mich trotzdem vor den Mädels blamiert. Soviel dazu. Wie stellst du dir deine Traumfrau vor? Darüber habe ich gestern noch mit Kumpels geredet. Also ich meine, ich bin ja gar kein Star oder so. Vielleicht für den ein oder anderen Ultra-Fan schon. Aber ich sehe mich nicht als Star. Und trotzdem habe ich jetzt schon das Problem oder bis jetzt immer das Problem gehabt, dass die Mädels anfangs, also mit denen ich zusammen war, sehr stolz darauf waren, dass ich ein Ziel vor Augen habe und Karriere mache. Aber wo sie dann, wo die Beziehung ernster wurde und die halt mitbekommen haben, dass ich wirklich sehr viel Zeit für diesen Traumopfer und halt viel Musik mache, hat es daran so ein bisschen gehapert. Also ich stelle mir meinen Traumfrau so vor, dass sie, das ist echt schon privat, aber naja, dass sie mich halt respektiert und voll und ganz dahinter steht, was ich tue. Sonst reicht das, denke ich mal, für die Fans. Würdest du jemals zu einer Castingshow gehen? Nein, weil diese ganzen scheiß Castingshows sich über Rap lustig machen. Was ich teilweise auch verstehen kann, da diese ganzen Hampelrapper immer so einen Gangsterrapper tun. Aber ich würde niemals zu einer Castingshow gehen. Spielst du Fußball? Habe ich schon beantwortet. Zockst du viel? Ich bin ganz ehrlich, ich hasse diese ganzen PC-Scheiß-Zockspiele oder Playstation. Also ich kann vielleicht ein Spiel eine Stunde spielen und danach habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Dass meine Familie gesund ist und ganz, ganz viele Geschenke. Falls die Fans Geschenke für mich haben, schickt sie einfach an Erika Naurath ins Büro. Könntest du dir ein Feature mit einem englischsprachigen Künstler vorstellen? Ja klar, wenn sich irgendjemand anbietet, warum nicht? Warum fährst du BMW? Warum fahre ich BMW? Weil ich, keine Ahnung, seit klein auf BMW schon immer cool fand. Weil mein Vater auch BMW damals schon vor und immer noch fährt. Deswegen halt BMW, ne? Ey, da musst du dir fragen. Geil. Was würdest du dir deinen Künstlernamen tätowieren? Niemals. Also ich würde es vielleicht machen, wenn ich wirklich erfolgreich werden sollte, dann vielleicht. Aber so würde ich das niemals machen, weil ich das schwachsinnig finde. Keine Ahnung. Würdest du deinen Kindern deine Musik zeigen? Ähm. Also Songs wie Herzkopftherapie, Lass ihn Gehen oder, keine Ahnung, Randale im Club und 5er BMW. Also die ernsthaften Songs würde ich meinen Kindern auf jeden Fall zeigen. Aber Luxusparty oder Cash Money Brothers würde ich dir niemals zeigen. Dein größer musikalischer Traum? Mh. Dein größer musikalischer Traum? Ja, irgendwann mal von der Musik leben zu können. Also ich kann schon, verdiene schon den einen oder anderen Euro mit der Musik. Aber ganz davon leben kann ich noch nicht. Ist Solo besser oder war es mit Repliction besser? Ähm. Solo ist es viel viel besser. Also ich meine, ne. Lief nicht immer so wie ich es wollte, aber so kann ich halt tun und lassen was ich will, ohne dass ich mich rechtfertigen muss. Ähm. Ja. Also ohne dass ich mich dafür rechtfertigen muss, was ich gerade tue. Aber Repliction gibt es ja sozusagen immer noch als Plattform, weil ich darunter, also mit dem Namen, ähm, Jugendliche, also oder Kids, ähm, unterstütze. Und ja, den Namen habe ich halt extra behalten, weil würde ich jetzt wieder irgendwie einen anderen Namen ausdenken, keine Ahnung, ähm, New Records oder so ein Kram würde die Zeitung, also aus Bünde, Herford oder Löhne und Kichlängern denken so, hä, was ist das denn jetzt für eine Truppe? Aber Joker, die und Repliction ist schon ein Begriff für die durch Aktionen wie Luxusparty, Full Dumpfout oder Herzkopftherapie, deswegen. Aber auf jeden Fall Solo ist es viel viel besser. Mir geht es auch viel besser und, ähm, es ist einfacher und besser damit durchzustarten. Deine Traumfrau, wie soll sie sein? Optik, Charakter? Ja, dazu habe ich ja gerade eben schon was gesagt. Ich hoffe, dass das ausführlich für euch war. Was bist du für oder gegen ein Jugendzentrum? Ich bin auf jeden Fall für ein Jugendzentrum. Was ich auch wirklich sehr schade finde, dass sich die Politik, schöne Grüße an euch, falls sie zufällig hoffentlich dieses Video sehen, da sich unsere Jugend, äh, unsere Politik nicht so anstrengend für, ähm, ein Jugendzentrum und uns einfach irgendwo reinstecken möchte. Also ich finde schon, dass Kiddies eine Anlaufstelle brauchen, da ich damals genau in so eine Situation gesteckt habe, ähm, also auch viel Mist gebaut habe. Und, äh, zuhause hocken ist auch nicht immer gut und man kann mit seinen Eltern halt, vor allem in dem Alter, wenn man so in die Pubertät reinkommt, nicht über alles reden. Und da ist so ein Jugendzentrum ziemlich hilfreich, weil, ähm, wenn das Jugendcafé zum Beispiel in Kirchlinger nicht gewesen wäre, würde ich heute bestimmt keine Musik machen und ihr würdet mich alle nicht kennen. Siehst du dich als Gangsterrapper? Auf gar keinen Fall. Ich bin kein Gangsterrapper, ähm, das ist sogar eher eine Beleidigung für mich, weil ich nie Gangster sein wollte, weil ich den Leuten immer zeigen wollte, dass man auch ohne Gangsterrap erfolgreich sein kann, dass man nicht unbedingt Mütter beleidigen muss, Drogen nehmen muss oder nicht unbedingt im Knast sitzen muss, um erfolgreich zu sein. So, ich glaube, das war's. Danke für eure Fragen. Ich hoffe, ich konnte sie euch ausführlich beantworten. Ähm, und falls ihr irgendwann mal wieder irgendwelche Fanfragen habt, könnt ihr sie mir gerne schicken. Schickt sie mir per Facebook oder Instagram oder Twitter oder kommentiert sie einfach, äh, auf YouTube. Und, ähm, ich hoffe, ihr holt euch alle das Album Herzkopftherapie. Ähm, es gibt fünf Videos dazu. Eine kleine Tour eventuell vielleicht auch und eine Release-Party. Äh, aber das Datum darf ich euch noch nicht sagen. Mein Name ist Joker, ich grüße alle meine Fans. Danke für eure Fanfragen. Peace out. Puh, Alter. Aber was wir fragen, Alter. Aber voll süß. Ja. 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 Na not Whiche căks melted football wird亮. H Mem compostigt. Untertitelung des ZDF, 2020